es kam ein neues 93 plus icon moments pack raus ist sehr teuer wir testen das aber mal auf meinem main account 89 98 98 98 erstes feeling ist auf jeden fall scam wenn ihr das auch gemacht habt schreibt mir gerne mal wie immer rein hier auf dem highlight kanal was bei euch drin war und wenn nicht lasst natürlich gerne ein kostenloses abo da wenn ihr das immer feiert dass wir euch spontan immer kurz nach 19 uhr den neuesten content immer zeigen diesmal sogar auf meinem main account gut erneut könnte ich jetzt hier noch mal ziehen den habe ich auch der peck to glory hier habe ich ja den euse also ich hoffe dass wir da etwas vernünftiges sind ich brauche wirklich nur die nur die top karten pushkas oder kreuth wenn ich mir einen wünschen dürfte aber ganz ehrlich 93 plus da ist so viel kram drin bitte was gutes oh oh kafu let's go nice das ist sick moments kafu das ist sehr geil wisst ihr noch als ich hier den prime kafu genommen habe und alle haben mich voll gelappt ich habe den aber übel gefeiert der ist mega der ist richtig gut mal schauen was der kostet hat das ladilack mal wieder zugeschlagen jetzt regen sich alle wieder auf weiß ich tut mir leid ich kann auch nichts dafür 900 k das hat sich sogar richtig gelohnt und den werde ich sogar zocken statt hakibi team auf die hier allein schon mit dem dynamischen bild 10 von 10 das war mega